okay die absolute möglichkeit meldet sich zurück heute mit einem neuen review okay und zwar sind das hier die bean brusel jellybees flaming 5 challenge also erstmal heftig ist die ist extrem hochwertig verpackt diese dings ich habe hier schon sogar so eine dünne folie abgemacht extrem scharf und würzig für kinder unter 13 jahren nicht geeignet ja also das ist nicht nur ein snack das ist auch so ein spiel also hier ist das rad kennen wir vielleicht von spiel des lebens oder so also ich werde das einfach ich werde drehen und dann werde ich essen was das steht ich muss das erst mal aufmachen also das riecht wirklich boah das riecht wirklich ekelhaft muss ich sagen ich habe eigentlich echt gar keinen bock das zu essen halt ohne scheiß ich habe eigentlich gedacht das sind echt so schlige beans aber es hier wirklich es sieht wirklich aus als ob das schlimm wäre also ich kann jetzt glaube ich nicht 100 prozent auseinanderhalten aber ich glaube bestimmt das hier das hier ist das ratcha aber wer da ist carapeno carolina vipa habanero und cayenne also ich werde das hier mal drehen ich will mal gucken was da passiert ist mal eben extrem scheiße was zu sehen okay ich habe hier die dinges bekommen das ist ein bisschen hart scheiß dair 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 Boah 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 Diga, das ist gar kein Spaß Ich schwöre, das ist gar kein Spaß Mmmh Ich sag euch ehrlich, ich fick diese Jelly Beans Ich hab gar keinen Bock drauf 0 von 10 Punkte Wer ist Essen, will er sowas machen, Diga Das ist mir echt Das ist mir echt etwas zu blinder, Alter Er macht so eine Scheiße, Mann Boah, das war so eine künstliche Schärfe Urbarium, das war so extrem ekelhaft 0 von 10